So, herzlich willkommen hier beim Spiel Milus Quest, zumindest 6, so, ja, angezogen, tja, schon soweit auch gemacht, fast Platin, na, ein Trophäer hat natürlich nicht reagiert, irgendein Enki oder so hat nicht reagiert, man muss auch nur ein bisschen zwei Enki noch kommen, ein paar Kleinigkeiten machen, hat mal Platin quasi, ja, irgendwas hat nicht reagiert, deswegen hatte ich immer noch keinen Bock mehr, wo ich ja sonst alles so gemacht hatte, war trotzdem so ganz okay, hat doch Spaß gemacht, sag schon nix, aber wie gesagt, das nervt mich halt, dass manche Trophäen, ich weiß nicht, vielleicht liegt meine Playstation oder manchen anderen Sachen, dass manche Sachen da nicht reagieren, ich weiß nicht, auf jeden Fall bin ich halt o, er hat mich halt genervt, na egal, so, auf jeden Fall hält mich hier rum als Hund, so, zack, kommen hier Knochen sammeln und man kann später auch Gegner so auch angreifen, da wusste ich auch erst ganz später erst, so, da muss man halt Rätsel machen und Sachen hin und her schieben und sowas, das umgeht halt, ja, bis jetzt, so, die Hand, keine Ahnung, was ist Handschuhe, Kissen schieben, ah ja, alles klar, Kissen schieben, stimmt ja alles, ah, so, weiter, da die Dinger muss man jetzt alles einsammeln, so, Video ein paar Mal geschnitten, wo ein paar andere Stellen halt kamen, so, jetzt geht ihr drum jetzt hier, Sachen hinher zu schieben halt, so, wie gesagt, Sachen muss man hin und her schieben, ja, aber nicht falsch schieben, wenn jetzt, ähm, ja, muss man noch mal reingehen, noch mal rausgehen, wuff, 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 ja, alles falsch, aber was habe ich da im Video da gemacht, keine Ahnung, ähm, ich weiß egal mehr, wie ich das Video, ob da gemacht hatte, geschnitten habe, aber keine Ahnung, so, jetzt werde ich wohl das Rätsel gelösen, ja, aber auch nicht, na, wird wohl passieren halt, da, so geht der ein bisschen weiter heil, so, ein Stein liegt da schon mal drauf, keine Ahnung, was ich mache, was ich mache, was ich halt überhaupt noch, wie gesagt, Rattalaika geben, aber doch mal wahr, ja, und, das heißt, man muss eben nur die Hälfte machen, meistens bei Sub-Videos, äh, bei Sub-Spielen, so, da hat es gepasst, so, jetzt noch die anderen zwei, X-Dinger da, hm, tja, passt jetzt, ja, so, jetzt nochmal, so, wie gesagt, da kam da halt ein Enki, ich glaube, ähm, da hat, ähm, der erste Enki, die Trophäe, wie ich schon gepackt hatte, hat nicht reagiert, nur die zweite, vom zweiten Enki oder so, ja, deswegen müsste ich das Spiel nochmal neu machen, also, habe ich auch nicht gemacht, war mir so dumm, 90% habe ich dann gekriegt von den Trophäen, und war mir dann zu blöd, sonst kriegt man dann auch, weil wir nicht, ähm, Angriff mehr oder mehr Herzen oder irgendwas, kann man dann noch sonst noch so kriegen, hier ist das mit der Gegner angreifen kann, oder sowas, wo ich auch erst, nachdem ich da zwei Stunden am Spielen war, da war halt eine Stunde, ja, Knochen einsammeln, ja klar, gut, dann kriegt man auch irgendwas, so, da war ja quasi jetzt der Enki, da war jetzt der erste Enki, na, quasi mit dem Besieg, kriegt man eigentlich auch eine Trophäe, lächelig, habe ich noch nicht bekommen, keine Ahnung, warum, nur für den zweiten Enki habe ich die Trophäe bekommen, und, naja, deswegen war mir dann so dumm, keine Lust hat, nochmal neu zu spielen, ähm, deswegen, sonst war es so ganz okay, vielleicht schmöschert es sogar nochmal, irgendwann nochmal, keine Ahnung, Puff, 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 na, vorher lassen sie es reinlaufen, cool, mehr. So, naja, war dann ein Enki-Inhalt, bin ich ja sonst noch so ein bisschen da rumgelaufen, so, und jetzt, tja, ist quasi hier, tja, zweite Welt, neue Rätsel, und das geht noch bis Welt 3, 4, 5, wahrscheinlich, aber muss nur bis Welt 2, in den zweiten Enki auf jeden Fall nur packen, dann hat man alle Trophäen halt, wie gesagt, bei mir war ja eine Trophäe, die nicht ging, keine Ahnung, ist das so, das regt mich dann manchmal ziemlich gut auf, ist halt so, kann mich dabei nichts ändern, weiß ich nicht, warum, Playstation zu alt, weiß ich nicht. Am zu darf man auch nicht aus dem Menü rausgehen, äh, für die Trophäen zu aktualisieren, während dem Spiel, na, geht man wieder rein, will weiterspielen, da geht die nächste Trophäe dann nicht, also, das erste Mal, dass das nicht so, dass das so ist, keine Ahnung, ist das ja beim Mafi auch so, auch genauso gewesen, na, deswegen, ich mach nicht alles 100 Mal, das ist mir auch egal, ähm, und ist die Geduld auch am Ende, na, aber trotzdem so ganz interessanter Spiel, was soll man noch sagen, ja, Daumen mitnehmen jetzt, bisschen oben, kommt für 1 Euro oder 5 Cent, der Watt kostet, und halt, gern mal mit, ja, bei schnell Trophäen, so hat es auch echt Spaß gemacht, Astrophäen manchmal noch gehen, halt nervt halt, ja, gut, das hat so, egal, soweit, Barti, mir jetzt ja schon ein paar andere Videos nur zu machen, deswegen sag ich euch schon, schönen Abend, bis nächstes Mal, entschüssig, Barti, mitgelebt, bis dann. Bis dann.